So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich hab mir immer noch den Dornen dabei. Ja, ich bin schon wieder. Und wir gucken uns jetzt ans Negan Show, wieder Christoph gegen Ubi Ninjas gespielt von Marc. Ja, alles mit Null-Mana-Artefakten. Nur die einen sind 0-2 angreifend. Ja, genau. Ninjas, sehr sehr cooles Deck. Wie das Matchup genau ist, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Gefühlt ist, glaube ich, ähnlich wie ein Delver-Matchup mit unendlich vielen Countern. Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich ein Counter-War sein um das Show & Tell, weil Sneak & Show hat ja fast keine Removal-Million-Board. Außer ein Sneak-Attack mit einem Grisselbrand, den reinlegst zum Blocken. Gut, hier war ein Mulligan. Beim Christoph. Ja. Pre-Ordine. Ja, kann man mal machen. Ist tatsächlich eine ganz, ganz gute Karte. Ja. Weißrandige Duels. Erstmal meckern gehen. Ja, kein Geld investiert der Junge. Ja. Foil hätten sie sein müssen. Foil-Weißrandige Duels. Moment. Da brauchen wir noch einen Force of Will mit Double-Fetchland. Ja, okay, wir brauchen nur noch einen Fetchland. Ich glaube, da waren noch zwei Ornithopter auf der Hand. Nee. Einer. Und eine Retro-Filler-Funder. Und der ist auch noch richtig hässlich, der Ornithopter. Nein, 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 nein. Der ist aus den Mystery-Boostern. Der ist richtig hässlich. Der hat den Stern, wie so ziemlich alles aus diesem Deck. Oh mein Gott, Show & Tell. Ach du Schade. Mit Counter-Backup. Da ist auch noch ein Show & Tell auf der... Zack. Wow. Wow. Kennet man die jetzt, ja? Ja, musst du. Ja. Du darfst die Yuriko nicht wegpitchen. Wow. Wow. Okay. Sneak & Joey mit zwei Handkarten. Ninja jetzt mit zwei, beziehungsweise jetzt mit drei. Ich weiß. Und wieder, gleich wieder drei. Ne, zwei. Jetzt zieht er nur... Ja, er nimmt ja ganz kurz den Ornithopter auf die Hand. Stimmt, die sind ja gleichzeitig auf der Hand. Die sind ja gleichzeitig auf der Hand. Ja, ja. Ähm. Ganz kurz. So, Angriff. Ne, Nierzo. Und jetzt aufdecken. Kuss und Schaden und dann triggert die. Okay. Achso, da wird natürlich gezählt. Ja, 16 ist korrekt. 16 ist korrekt und dann wird aufgedeckt und dann kommt ein Dace. Ja. Ja, okay, es sind halt nur zwei Schaden, ne? Hätten schon. Hätten ein Force of Will sein können. Ja, das macht dann fünf Damage. Das ist schon stark. Ja. Es ist natürlich schon wieder ein Counter auf der Hand. Ja. Der halt jetzt ausgeschaltet ist. Oder auch nicht. Gäst man hier? Ich war ganz kurz... Ja, aber wenn er eine Sneak Attack legen will und nur vier Mana hat, ist er halt Safety Sneak Attack gecountert. Außer er hat noch Counters selber auf der Hand. Und... Ja. Da kommt jetzt die Frage... Das war aber auch Show and Tell mit Backup. Das heißt, er hat irgendwas noch auf der Hand, was er auf jeden Fall reinlegen möchte. Ja, also das war ein Saver Drop, ne? Uh. Hm. Nette Dame. Ja. Für einen. Kling to Dust. Nicht die Karte, die man hier haben möchte. Ne, die macht halt gar nichts. Aber du kannst die End of Turn einfach mal auf das Show and Tell schießen. Oder jetzt halt. Ich glaube, es wird jetzt schon gespielt, einfach nur um eine Karte zu ziehen, für die Möglichkeit ein Land zu ziehen. Dann kriegst du... Es wird halt kein Snapcaster gespielt. Obwohl, so schlecht ist das gar nicht. Ne, jetzt mit der Retro-Fitter von Rhi. Da fängt da Rubels Rollen an, ne? Ja, jetzt muss ich jetzt... Aber die kann so viel. Drei-Mannern tappen. Ein-Mannern tappen, du machst ein... Ne. Ne. Zwei-Mannern tappen. Du machst ein Servo. Ja. Ein-Mannern tappen, du opferst ein Servo, kriegst ein Top da. Tappen, du opferst ein Top da und kriegst ein 4-4-Konstrukt. Ja. Behinderte-Karte. Das ist großartig. Da ist man hier. Ne, mach mal auf. Ich bring's doch. Oh, die sind echt... Die sind... Also in Foil sind die schon echt... Die sehen pink aus. Oder lille, also. Ja, ja, ja. Das liegt aber mehr an dem Foiling und an meinem Setup. Sind die... Sind das auch so Half-Pipe-Foil? Ne, tatsächlich nicht. Double Masters ist ziemlich gut gefolgt gewesen, muss man echt sagen. Hm. Im Gegensatz zu Commander Legends. Das ist schon gut. Das ist ein Force of Wille und Grisselbrand, wenn ich's richtig gesehen hab. Aha. Das macht nicht so viel. Da fehlt nur noch der Rest. Ja. Der wird schon mal weggefetched. Da war anscheinend schon oben drauf. Ninja ist traditionell nicht mit... 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 Ding unterwegs. Das ist ein schöner Token. Das ist eine Flash-and-Blood-Karte. Weil... Der ist halt kein Token von Tokens for MTG, ne? Ne, der fehlt mir tatsächlich noch. Gibt's den? Ja. Wow. Oh, noch Ninja lecker! Das kann jetzt richtig zuhauen. Vor allem wenn man jetzt sich überlegt... Puh, das sind Doppeltrigger. Mhm. Und jetzt wird dann los sein, wie man die Träger setzt. Vier... Ja, ob du erst... Obwohl du hast... Ich würde erst die Yuriko setzen. Weil es macht keinen Unterschied. Du kannst vorher keinen Brainstorm setzen. Yuriko. Draw, draw, Yuriko. Okay, Brainstorm, Brainstorm. Okay, random gut die Yuriko-Träger gesetzt. Hm. Kann man auch mal machen. Und dann drei Schaden oben drauf. Yes. Die hätte man echt gerne auch gespielt, denke ich. Ja, die wäre so gut gewesen. Ja. Die sind japanisch, aber hübscher. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Sideboarding? Also auf jeden Fall, was aus dem Ninja raus kann, ist halt sowas wie Fatal Push oder hier... Die ganzen Removal. Ja, die ganzen Removal. Da kommen im Endeffekt nur mehr Blue Blasts. Mehr Counter kommen rein. Back to Basics? Ja, ganz gut. Okay. Ähm... Du hast keinen Zugriff auf Red Elemental Blast. Du kannst einen Hydro Blast... Nee. Blue Elemental Blast spielen. Du kannst den Hydro Blast spielen, für die Sneak Attack loszukriegen oder zu countern. Genau. Ähm... Ja, mehr Counter halt. Mehr gut, ne? Ähm... Beide von Sneak and Show? Boah. Ja, äh... Wer hat Elemental Blast? Kannst du Blood Moons rein? Ne. Blood Moons Pyroklassen würde ich tatsächlich beide sogar überlegen. Die Pyroklassen, ja. Aber die Blood Moons, der Ubi Ninja hat so viele Basics drin. Ja, aber tatsächlich wurde jetzt beides mal auf Duels gefatcht. Ja, da kannst du den aber auch sehr schön trappen. Ist korrekt. Es sei denn, du hast es nicht mehr am Schirm. Das stimmt. Dementsprechend, äh... Ich kann Argumente dafür sehen. Ich kann auch genau gut natürlich die Argumente dagegen sehen. Also ich würde das auch so machen, wenn ich... Also wenn ich wüsste, dass ich gegen Sneak and Show spiele, die keine Wastelands spielen, würde ich hart auf die Dings gehen, auf die, ähm... Auf die Duels. Auf die Duels. Aber ich würde das Game 2 und Game 3 nicht riskieren. Ja. Du kannst mit dem Roten Mana nichts anfangen. Ja, das stimmt, das stimmt. Auf der anderen Seite, Pyroklassen macht halt ein bisschen was. Ein ganz kleines bisschen. Die Yurikos 1-3. Und der andere Ninja 2-3. Aber alles andere in dem Deck wird, glaube ich, abgeräumt. Ja, also die 4-4er, die Du erstellst, ne. Aber den ganzen Schrott kannst Du halt wegschmeißen, ne. Das Mulligan von Ninja. Und der schlängelnde Ableicher Ninja vor. Ja. Da weiß natürlich jeder, was gemeint ist. Guter Ninja. Guter Ninja. Der verdoppelt sich der Ninja. Drei Einser ist das, ne. Drei Einser für 4 Mana. Und ich glaube, 3 Mana Ninja Ninja. 3 Mana Ninja Ninja. Der war zum Ninja Ninja recht teuer, leider. Aber immer wenn er zuhaut, wird er halt verdoppelt. Oh, da kommt eine Yuriko. Jetzt musst Du abarschen. Jetzt musst Du auf Dual Fetchen. Ja. Denke halt auch. Weil nur ein Land auf der Hand. Ja. Ist das ein Pyroklassen da oben drauf? Ich glaube, das war jetzt gerade Topdeck Pyroklassen. Gut. Das hab ich nicht gesehen. Aber der wär gut. Ja. Der wär richtig gut. Da geht's auch auf den Duel. Ja. Ist ja nicht so hart relevant. Ne. Für ihn generell eh nicht. Er kann ja das rote Mana gebrauchen, wenn er einen Blattmund drin hat. Und Ninja ja traditionell ohne Wastelands. Ja. Das stimmt allerdings. Dafür halt über Back to Basics. Gutes Ding. Und da kommt Pyroklassen. Jetzt ist die Frage... Obwohl, hier würde ich dazen. Ja. Wow. 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 Den Affen von der Hand gezogen. Und damit auch nochmal das Land zurückgesetzt. Ja. Stimmt. Also es ist echt... Das war jetzt gerade echt bitter. Jetzt sind halt viele Linias auf der Hand. Die nichts machen. Die nichts machen. Ja. Da ist... Puh. Das ist... Gerade echt jetzt bitter gewesen. Weil ansonsten wäre der Start echt gut gewesen. Wobei, man hätte jetzt auch kein Land gezogen. Dementsprechend. Ja. 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 Okay. Der... Der UB-Ninia-Spieler. Du konntest dann halt schön die... Den Land-Drop. Den gemissten Land-Drop faken. Ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Geh ich auch von aus. Das ist dann Brazen-Borrow im Sideboard. Mainboard. Mainboard. Das ist halt auch noch so eine Karte, die mal... Und Caracas. Stimmt. Mainboard. Du... Spielst ja mit dem Caracas. Ja. Hab ich auch schon gemacht. Das ist witzig. Ich mag das Caracas tatsächlich. Das tut halt leider gar nichts. Ja. Die Sache ist halt nur... Ist die... Und... Beatdown gewinnt... Im Zweifelsfall... Der Grisselbrand. Weil er halt immer wieder sieben Leben gibt und nur dreimal zuhauen muss. Auf der anderen Seite kann er jetzt auch einfach hingehen und sagen, okay ich ziehe jetzt auch mal 14 Karten. Ja. Und nix finden. Ja. Das ist dann die andere Sache. Aber äh... Double 4 so viel hab ich auf jeden Fall gesehen. Gut, dass das so viel gegen den Nitzu hilft. Ja. Und Daze... Äh... Ich glaube wir gehen in Game 3. Uuuuh. Und dann spielt man spontan doch Kriegses. Bäm bäm. 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 Ja das ist halt leider schade, dass du für Rot überhaupt keine Verwendung hast. Und für Grün auch nicht. Für Grün hast du halt Oko. Und dann Rob Decay. Ja aber... Wer will Oko spielen? Niemand sonst würde man den ja nicht spielen. Eben. Ja. Ansonsten... Man könnte Weiss spielen, weil ich in jedes Deck Weiss rein prügeln möchte. Hm. Es würde dem Deck halt auch genau gar nichts bringen. Es gibt halt sonst keine wirklichen... Es ist die Frage, was in Modern Masters 2 kommt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Da ist die Frage, ob es da auch Ninjas wieder gehen wird. Ich hoffe es ja. Obst du da wieder total ausflippen? Das ist ein Blattmo. Wollen wir bei dem Thema wären. Ja. Ich würde da jetzt gerade mal ganz spontan auf eine Insel fetschen. Ja. Ich meine es bringt immer noch nichts, weil man immer noch den Sumpf dazu braucht. Jaaaa, das stimmt. Puh. Ist da noch ein Show und Till im Anflug? Ja, es hat aber aktuell nur zwei Mana. Stimmt. Hm. Priority. Ja, ne? Macht halt jetzt gerade nicht so viel. Jetzt greift er an. Ninjas geht auf elf. Sneak and Show geht auf Mathe zwölf. Ja. Hm. Ist halt die Frage, ob man sich den Angriff erlauben kann. Pettel, Pettel. Ohhhh. Tu das bitte nicht. Pettel, Pettel. Ist jetzt die Frage, ob man da überhaupt ein Show und Till ziehen will. Ich denke nicht. Weil du kannst dich da total mit verbauen. Richtig. Du willst das Negateck haben. Ja, da wird schon gut. Jetzt wird ne Menge Garten bis gerade. Oh, was will ich denn behalten? So, das kann ich gebrauchen, das kann ich gebrauchen. Oh, dich mag ich. Hm. Das ist ein sehr, sehr guter Trick das so rum zu machen tatsächlich. Ja. Ja, vor allen Dingen ansonsten sieht man halt die Hälfte der Hand nicht. Ja. Das ist halt leider so. Aha. Da fliegt. Ne Menge Land weg. Na, Mosito. Okay. Pfff. Pfff. Die kommt Back to Basics von der Top. He he. Ja. Ne, da muss man schaffeln. Stimmt. War da noch ein Land bei? Ne, doch. Aber es wäre ein Mountain gewesen. Pfff. He he he. Phonadra. Klack. Beatdown mit einem 3 1er. Der hat sich verdoppelt. Genau. Es wird mehr und immer mehr. Ja, jetzt muss man halt schon aufpassen, ob man den Backspank überlebt. Hm. Jetzt sind jetzt sechs Shards die da liegen. Außer es wird reinnen jetzt gut. Uff. Ja, das sind... Sneak Attack. Crack. Emra Ghul. Demi, Feuer frei. Okay, das tut weh, das tut weh. Und auch Pyroclasm hinterher, um das Board zu clear and noise. Ach du Kacke. Ja, ja. Game 2. Hier halt echt ein bisschen bitter. Gerade das Pyroclasm in Turn 2. Das Pyroclasm in Turn 2. Ansonsten wäre das ganz anders ausgegangen. Weiß ich noch nicht mal, weil Länder kamen sehr spät. Na, stimmt. Es war immer nur ein Land und dann kam das Show and Tell auch relativ zügig. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man als Snicket-Schauspieler hier die Dacee wieder rausgenommen hat. Oder ob man sie halt wirklich drin lässt, weil es eben Counter-War ist. Ja, es ist Counter-War und es ist vor allen Dingen ein Aggro-Game. Da sind die halt eigentlich ganz gut. So, mal gucken, was da jetzt passiert. Dieselbe Aktion wie eben. Mal sehen, ob es diesmal genauso in die Bots geht. Ja, auf jeden Fall war, glaube ich, schon wieder ein Mannigen vom Snicket-Show. Dann wird einer noch ein Land auf der Hand haben. Auf jeden Fall hat man hier jetzt gelernt, daraus nicht den Lappen und zu laufen. Ja. Das ist immer ein gutes Spiel. Deswegen spiele ich auch immer, wenn es geht, irgendwo eine Basic Island. Einfach nur zum Bouncen. Einfach nur, um noch was zu haben. Da ist schon mal eine Yuriko auf der Hand und ich glaube ein Fetch. Fetch, Yuriko. Oh, Mystical Dispute. Mystical Dispute. Und einen zweiten Niniers. Oh, zwei Niniers. Ei, ei, ei. Das kann jetzt nächste Runde richtig wehtun. Ja, gut, nächste Runde kann es maximal 12 Damage geben. Ja, aber trotzdem sind dann 12 Damage Turn 2 schon echt eine Ausnahme. Ja, aber das ist halt super random, ob das funktioniert. 12 Damage Turn 2 und zwei Handkarten generieren. Ja, ja, klar. Das ist ja der Faktor, den die meisten dabei vergessen. Der hat Deck generiert Handkarten wie Sander Meer. Wenn es denn läuft. Wenn es einmal hinten ist, ist es einmal hinten. Ja, ja, krass. Das haben wir gerade eben gesehen. Gehört, Niniers in der Defensive sind nicht so geil im Überraschen. Ne, da passiert nicht so viel. Oh, schön. Jetzt kommt halt auch wieder die Sweetness bei Niniers raus. Du kannst einfach in den Ninsun, ohne darauf zu achten, ob der Gegner einen Counter hat. Das ist so gut. Ei, 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 da passiert jetzt so viel. Trigger, Trigger. 3, 14, 5 plus oben drauf. Das ist auch nicht schlecht, weil man immer noch Force und Days Backup jetzt hat. Das ist echt nicht schlecht. Ja, man hat halt jetzt noch eine Menge Zeug gezogen. Und man will nicht mehr Länder haben. Definitiv nicht. Das funktioniert nicht, mein Lieber. Da war ein Show-Enteil. Das funktioniert. Das funktioniert. Von 14 auf 12, glaube ich. Das würde ich... Auf 10. Definitiv Dazen, der wird einen Affen auf der Hand haben. Nee, Daz zurück. Daz zurück. Daz zurück. Dann Force den Originalspell. Ja. Der Counter-War ist gewonnen. Die Yuriko war eh plump auf der Hand. Ja. War nicht so viel. Ja, dann Attack. Uff. Jetzt kommt halt die Frage. Jetzt kommt halt eine Menge Damage. Also es kommen jetzt erstmal 4 Damage rum. Trigger, Trigger. Trigger, Trigger. 4, stimmt. 4 Damage. Und dann zieht man 3 Karten. Und danach. Und 0, 1. Tot. Oh, nice. Terror-Goal. Richtig cool. Ja, das waren 2-1 für Obi-Ninias. Wie gesagt, ich denke, es ist ein gutes Match-Up für Ninias. Ja. und die gute Rache dann danach und deshalb war es ganz gut und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Sonntag wir sehen uns dann beim nächsten Mal bis dahin, ciao, ciao , ciao